Im Rahmen gebrochen rationaler Funktionen werden wir uns in diesem Tutorial das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich anschauen, beziehungsweise die Bestimmung der waagerechten Asymptote. Um zu verstehen, was eine waagerechte Asymptote ist, musst du erstmal in der Lage sein, das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich für eine Funktion richtig zu entscheiden, als erstes wie hier abgebildet grafisch, später dann auch anhand des Funktionsterms. Dafür habe ich erstmal zwei Schaubilder ausgewählt. Wir schauen uns erstmal das linke natürlich an. Und unser Ziel ist anhand dieses Schaubildes einmal für x gegen Plus Unendlich das Verhalten von f von x abzulesen und einmal für x gegen Minus Unendlich. Das ist relativ einfach zu erkennen. Die Funktion kommt von oben und nähert sich der x-Achse, also sie nähert sich gegen 0. Und genau das gleiche macht sie auch auf der linken Seite, nur da kommt sie von unten und nähert sich gegen 0. Von der Schreibweise her könnten wir es so darstellen. Für x gegen Unendlich läuft f von x gegen 0 und für x gegen Minus Unendlich läuft f von x ebenfalls gegen 0. Es gibt noch eine alternative Darstellung mit Lim oder Limes. Das ist eher für Studium gedacht. Für die Oberstufe wird normalerweise diese Schreibweise benutzt. Also, als Schlussfolgerung. Wenn beim Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich ein sogenannter Grenzwert rauskommt, wie in diesem Fall die 0, dann ist dieser Grenzwert die waagerechte Asymptote und die wird immer mit dem y angegeben. Also in diesem Fall ist das y gleich 0 unser waagerechte Asymptote. Genau auf die gleiche Weise können wir das Verhalten gegen Plus und Minus Unendlich auch bei dem rechten Schaubild entscheiden. Als Hilfestellung habe ich hier nochmal durch eine gestrichelte rote Linie angedeutet. Und ich glaube, dann ist es ganz gut erkennbar. Für x gegen Unendlich läuft hier die Funktion von unten gegen 1. Und für x gegen Minus Unendlich genau das gleiche. Die Funktion kommt von oben, nähert sich gegen 1. Also in diesem Fall könnten wir sagen, für x gegen Unendlich f von x läuft gegen 1. Und genau das gleiche für x gegen Minus Unendlich. Also als Schlussfolgerung ist dann hier y gleich 1 die waagerechte Asymptote. Bevor wir zum rechnerischen Teil gehen, sollen wir uns an eine wichtige Grundlage von gebrochen nationalen Funktionen erinnern. Und zwar, natürlich besitzen sie immer ein Zähler und ein Nenner. Der Zähler ist immer über dem Bruchstrich, der Nenner immer drunter. In diesem Zusammenhang hört man sehr oft die Formulierung Grad des Zählers und Grad des Nenners. Damit ist nichts anderes gemeint als die höchste Potenz in Zähler und Nenner. Wenn wir uns unser Beispiel hier anschauen, dann ist die höchste Potenz von x im Zähler natürlich x hoch 1. Und das wäre dann der Grad des Zählers. Und die höchste Potenz im Nenner ist natürlich dieser hoch 2 hier. Und das wäre der Grad des Nenners. Anhand des Nenners und des Zählers kann man diese Art von Funktionen in drei Typen unterteilen. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Grad des Zählers kann ja kleiner als Grad des Nenners sein. Oder sie können gleich sein. Oder Grad des Zählers kann größer sein als der Grad des Nenners. Wie wir gleich sehen werden, hilft uns dieser Unterteilung auf sehr einfache Weise, die waagerechten Asymptoten abzulesen. Beziehen wir uns jetzt erstmal auf Fall 1. Also, Grad Zähler ist kleiner als Grad Nenner. Als Beispiel können wir folgende Funktion nehmen. Es ist ganz gut erkennbar, das ist die Funktion von vorher. Oben haben wir x hoch 1 und unten x hoch 2. Also, gut erkennbar, wir sind im Fall 1. In diesem Fall gibt es immer eine waagerechte Asymptote. Und die lautet ohne Ausnahme y gleich 0. Also, es ist völlig egal, ob oben x hoch 3 und unten x hoch 5 oder x hoch 4 wäre. Grad des Zählers ist kleiner als Grad des Nenners. Deshalb lautet die waagerechte Asymptote immer y gleich 0. Fast genauso einfach ist es auch im Fall 2. Wenn wir uns diese Funktion anschauen, dann können wir, glaube ich, sehr leicht erkennen. Im Zähler ist der Grad 2 und im Nenner auch. Also, Grad Zähler gleich Grad Nenner. Auch in diesem Fall gibt es eine waagerechte Asymptote. Und die ist auch sehr einfach abzulesen. Man schaut einfach auf die Koeffizienten vor den höchsten Potenzen. Das bedeutet, oben im Zähler die 3 und im Nenner die 2. Und diese zwei Koeffizienten bilden dann auch die waagerechte Asymptote. In diesem Fall wäre das y gleich 3,5 oder 1,5. Also, im Fall 2 schaut man immer auf die Koeffizienten vor den höchsten Potenzen. Die bilden dann die waagerechte Asymptote. Wenn ihr neugierig seid, wieso in den ersten zwei Fällen das Ganze sich so einfach gestaltet, dann könnt ihr euch gegen Ende auch den Vertiefungsteil anschauen. Da werde ich das Ganze nochmal rechnerisch nachweisen. Bis dahin gehen wir jetzt zu unserem Fall 3. Grad Zähler ist größer als Grad Nenner. Und ich glaube, dass es auch an dieser Funktion ganz gut erkennbar ist. Oben im Zähler ist die höchste Potenz x hoch 3 und im Nenner x hoch 2. An dieser Stelle gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es gibt keine waagerechte Asymptote. Die schlechte ist, ihr müsst in der Lage sein, zu entscheiden, wie das Verhalten gegen Plus und Minus unendlich für diese Funktion lautet. Dafür schauen wir uns diese Funktion aus einem anderen Blickwinkel an. Und zwar, für dieses Verhalten gegen Plus und Minus unendlich spielen nur die Terme mit der höchsten Potenzen eine Rolle. Das bedeutet, im Zähler ist der Terme mit der höchsten Potenz 3x hoch 3 und im Nenner 2x hoch 2. Als erstes benutzen wir die Schreibweise von vorher. Also wir sagen x gegen Plus unendlich. Dann gilt für f von x. Und an dieser Stelle lassen wir frei. Das werden wir dann gleich entscheiden. Und natürlich auch x gegen Minus unendlich. f von x läuft gegen. Und hier lassen wir auch frei. Vereinfacht kann man sich das Ganze auch so denken. Für dieses Plus unendlich kann man sich auch eine positive 1 vorstellen, die man in Zähler und Nenner für x einsetzt. Ausschlaggebend ist nicht das Ergebnis, sondern das Vorzeiformergebnis. Damit ist gemeint, wenn ich jetzt für dieses x hoch 3, also für das x hier, eine 1 einsetze und das Ganze ausrechne, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, das Ergebnis wird positiv sein. Und genau das Gleiche passiert auch im Nenner. Wenn ich für x jetzt hier eine 1 einsetze und das Ganze zusammenfasse, wird auch ein positives Ergebnis rauskommen. Oben positiv, unten positiv, plus geteilt durch plus ist plus. Aus diesem Grund ist das Ergebnis plus unendlich. Also hier gibt es keine Zahl oder keinen Grenzwert, was rauskommen kann, weil es keine waagerechte Asymptote existiert, sondern zum Auswahl stehen nur plus und minus unendlich und das entscheiden wir durch diese Vorzeichen. Genauso vereinfacht kann man es auch für minus unendlich gestalten. Man wählt natürlich hier eine negative 1, also eine minus 1 und setzt das erstmal in Zähler ein. Wenn ich oben für x eine minus 1 einsetze, dann habe ich minus 1 auf 3 sind minus 1, mal 3 sind minus 3. Also der Zähler wird in diesem Fall negativ sein. Und unten Nenner, minus 1 auf 2 sind immer noch 1, mal 2 sind 2. Also der Nenner wird positiv sein. Minus geteilt durch plus ergibt minus. Also lautet unser Ergebnis hier minus unendlich. Wenn das jetzt nicht 100% eindeutig war, es kommen später noch Beispielaufgaben. Ich glaube, spätestens dann klärt sich das Ganze. Nach dem lästigen Theorie-Teil kommen jetzt endlich die Beispiele. Als erstes f von x ist gleich 1 durch x hoch 4 minus 2. Wie bereits erwähnt, wir müssen nun der Lage sein zu entscheiden, in welcher dieser drei Fälle wir landen. Oben im Zähler haben wir hinter der 1 eine unsichtbare x hoch 0. Deshalb ist hier Grad des Zählers kleiner als Grad des Nenners. Der ist 4. Also die waagerechte Asymptote ist y gleich 0. Im zweiten Beispiel. Grad des Zählers ist 2. Grad des Nenners ist ebenfalls 2. Also wir befinden uns im Fall 2. Deshalb schauen wir einfach auf die Koeffizienten vor den höchsten Potenzen. Oben zählen eine minus 4, unten eine 2. Also wäre die waagerechte Asymptote minus 4 geteilt durch 2. Und das Ganze können wir auch noch kürzen, beziehungsweise zusammenfassen. Dann kommt minus 2 raus. Im dritten Beispiel haben wir eine zusammengesetzte Funktion. Als erstes schauen wir uns natürlich den vorderen Teil, also diesen Bruch, an. Und da können wir, glaube ich, wieder ganz gut erkennen, Grad des Zählers ist kleiner als Grad des Nenners. Deshalb für diesen Teil wäre das Ergebnis 0. Aber wir haben auch noch eine alleinstehende Zahl hinten. Die muss natürlich mit berücksichtigt werden. Deshalb rechnen wir gedanklich 0 plus 3. Und das sind natürlich 3. Und 3 wäre auch unser waagerechte Asymptote. Im vierten Beispiel eine noch hässlichere und schlimmere Funktion. Sie besteht aus drei verschiedenen Terme. Und natürlich werden wir jeden Term einzeln anschauen. Für den Anfang unser großer Bruch hier. Grad des Zählers ist Gleichgrad des Nenners, jeweils hoch 2. Deshalb wieder die Koeffizienten vor dem höchsten Potenzen anschauen. Und das Ganze ergibt dann minus 1 durch 1, natürlich minus 1. Beim zweiten Bruch, Grad des Zählers ist kleiner als Grad des Nenners. Deshalb kommt hier 0 raus. Und am Ende haben wir noch eine minus 4. Also wir zählen alles zusammen. Minus 1 plus 0 minus 4. Und das sind natürlich minus 5. Also y gleich minus 5 wäre dann unser waagerechte Asymptote. Tja, und irgendwann muss ja auch Fall 3 vorkommen. Deshalb schauen wir uns jetzt diese Funktion an. Also ich denke mir gut erkennbar. Im Zähler die höchste Potenz ist x auf 4 und Nenner x auf 2. Also ja, wir sind im Fall 3 gelandet. Wir erinnern uns, das können wir wieder, die Vorlage können wir wieder schon mal hinschreiben. x gegen plus unendlich, f von x gegen und x gegen minus unendlich, f von x gegen. So, um eine Entscheidung zu treffen, schauen wir uns wieder die Terme mit dem höchsten Potenzen an. Im Zähler ist das der Term mit der höchsten Potenz und im Nenner dieser hier. Und für plus unendlich setzen wir wieder vereinfacht eine positive 1 ein. Also wenn ich hier für x eine positive 1 ein setze, dann habe ich 1 auf 4 sind 1 mal minus 3 sind minus 3. Also kriege ich was Negatives raus. Und im Nenner, wenn ich die 1 einsetze, kriege ich was Positives raus. Minus geteilt durch plus ist natürlich Minus. Deshalb lautet das Ergebnis minus unendlich. Jetzt hier unten mit einem Minus 1 das Ganze nochmal. Minus 1 auf 4 ist immer noch 1 mal minus 3 sind minus 3. Also wieder negativ. Und im Nenner, minus 1 auf 2 sind 1 mal 2 ist wieder positiv. Also, Minus geteilt durch plus ist wieder Minus. Diesmal kommt auf Seiten das Gleiche raus. Und jetzt noch ein letztes Beispiel für diesen dritten Fall. Wir haben jetzt diese Funktion. Wir suchen wieder nach dieser Terme mit dem höchsten Potenz im Zähler und Nenner. Im Zähler wäre dieser minus x hoch 3 der Term mit der höchsten Potenz. Und im Nenner ist minus x hoch 2. Dann können wir erneut sagen, x gegen unendlich. f von x läuft gegen. Und x gegen minus unendlich. f von x läuft gegen. Also, wenn wir für plus unendlich eine positive 1 einsetzen, dann haben wir 1 hoch 3 sind 1. Mit dem Minus davor ist eine minus 1, also eine negative Zahl. Und im Nenner genau das Gleiche. 1 hoch 2 sind 1 mit dem Minus davor auch Minus. Minus geteilt durch Minus ergibt plus. Deshalb ist das Ergebnis plus unendlich. Und mit dem Minus 1 eingesetzt, habe ich oben im Zähler minus 1 hoch 3. Minus 1 mit dem Minus davor plus 1. Also was Positives. Und unten, minus 1 hoch 2 sind 1 mit dem Minus davor was Negatives. Plus geteilt durch Minus ergibt natürlich Minus. Deshalb lautet das Ergebnis Minus unendlich. Wir haben bereits gesehen, wenn man die Funktion in diese drei Fälle unterteilt oder in diese drei Typen, dann ist es relativ einfach zu entscheiden, ob eine waagerechte Asymptote gibt oder nicht. Und für die Interessierten und euch will ich jetzt auch noch kurz zeigen, wie man rechnerisch auf diese waagerechten Asymptoten in den ersten zwei Fällen kommt. Und dafür nehmen wir diese Funktion hier. f von x ist gleich x minus 1 durch 2x² minus 2. Wir erkennen vielleicht schon auf Anhieb. Wir befinden uns im Fall 1. Und uns würde es jetzt interessieren, wieso da überhaupt y gleich 0 rauskommt. Naja, dafür gibt es eine einfache Taktik. Und zwar, man klammert im Zähler und im Nenner den Term mit der höchsten Potenz. Und das ist im Zähler einfach dieses x hoch 1. Und dann haben wir x Klammer auf. Wenn ich aus x ein x ausklammere, dann bleibt eine 1. Und hinten, wenn ich aus der 1 das x ausklammere, dann bleibt einfach 1 durch x. Und im Nenner die gleiche Taktik, nur mit der x hoch 2. Also bleibt beim ersten Term eine 2 übrig. Und beim hinteren Term einfach 2 durch x². So, jetzt kann man natürlich auch kürzen. Also, das x oben verschwindet ganz. Und unten bleibt nur ein x hoch 1. Und jetzt käme die Stelle, wo man ein paar Grenzwertgesetze anwendet. Das Einzige, was wir hier brauchen, ist Folge der Grenzwertgesetze. Ihr habt rechts abgebildet. Das kann man so übersetzen. Irgendwas geteilt durch unendlich läuft natürlich gegen 0. Wieso? Stellt euch Folgendes vor. Ihr nehmt irgendeine Zahl, zum Beispiel 2 oder 3, und teilt es im Taschenrechner durch 100 Milliarden. Das Ergebnis wird natürlich 0,000000. Und irgendwann kommt eine 1 hinten dran. Also, ein sehr kleines Ergebnis, was gegen 0 läuft. Das ist das Prinzip, was dahintersteckt. Und genau das werden wir auch hier verwenden. Also, wir können vereinfacht sagen, von der Schreibweise müsste man das jetzt mit Limes, von Grenzwert schreiben. Lim x gegen 0 und endlich von diesen Termen hier. Also, von f von x ist gleich. Mal gucken, was hier passiert. Wenn ich jetzt hier für x unendlich einsetze, dann habe ich 1 geteilt durch unendlich. Das verschwindet. Das läuft gegen 0. Hier die gleiche Geschichte. 2 geteilt durch unendlich verschwindet auch. Läuft ebenfalls gegen 0. Und am Ende habe ich nur noch 1 geteilt durch x. Für dieses x setze ich auch unendlich. Und das läuft ebenfalls gegen 0. Also, dieser Term hier vorne läuft auch gegen 0. Aus diesem Grund ist alles 0. Also, das ist der Beweis dafür, dass die Waagerechte der Sympdote in diesem Fall 0 ist. Im zweiten Beispiel werden wir natürlich die gleiche Taktik versuchen. Also, wir klammern wieder die Terme mit der höchsten Potenz in Zähler und Nenner aus. Im Zähler klammere ich natürlich x hoch 2 aus. Dann habe ich nur noch minus 4 minus 1 durch x Quadrat. Und im Nenner dann x hoch 2, Klammer auf, 2 minus 2 durch x Quadrat. Und jetzt verwenden wir wieder diese Grenzwertsätze. Also, Limes x gegen unendlich von f von x ist gleich. 1 durch x Quadrat läuft dann wieder gegen 0. 2 durch x Quadrat ebenfalls. Die zwei x hoch 2 hier vorne kürzen sich. 1 und 1. Und alles, was noch übrig bleibt aus dem Ganzen, sind diese minus 4 und diese 2 unten. Und minus 4 geteilt durch 2 sind tatsächlich minus 2. Und das hätten wir auch problemlos hier vorne ablesen können. Minus 4 geteilt durch 2 sind minus 2. Also, das ist der Nachweis, dass in den ersten zwei Fällen diese Vereinfachungen tatsächlich gelten. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Die waagerechten Asymptoten kann man auch als Grenzwerte bezeichnen. Die Bestimmung der schiefen Asymptote, für den Fall, dass es einer von euch vermisst hat in diesem Tutorial, ist Teil eines anderen Tutorials, was ihr natürlich in der gleichen Playlist findet. Und mindestens genauso wichtig ist auch das Tutorial über die senkrechten Asymptoten bzw. Polstellen. Und nicht vergessen, schlimmer geht's immer. Es ist schließlich Mathe.